Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Coffee Date mit Josy. Oh mein Gott, ihr versteht nicht. Das ist die allererste Podcast-Folge, die ich als Videopodcast aufnehme. Und das ist gerade so komisch für mich, weil ich normalerweise immer auf mein iPad runtergucke und einfach gucke, wie dieser Tonbalken da läuft. Aber jetzt muss ich mich konzentrieren, in die Kamera zu gucken. And I try my best. Für alle, die es weiter auf Spotify hören, für euch ändert sich nichts. Ihr könnt jetzt nur eben auf YouTube, auf meinem YouTube-Account Josy.Helmer ganz normal auch die Folge als Videopodcast gucken, wenn ihr da Bock zu habt. Ich glaube, das Coolste ist, wenn ich das mit Gästen oder so dann mal mache. Ich glaube, dann ist es echt funny, weil dann hat es auch so mehr so einen Interview-Charakter. Aber falls ihr es weiter einfach nur als normale Podcast-Folge quasi hören wollt, könnt ihr es natürlich weiterhin einfach auf Spotify, Google Podcast und Apple Podcast hören, weil ich checke das auch voll. Manchmal gucke ich mir auch gerne Videopodcasts an, aber manchmal bin ich halt auch so, okay, ich möchte jetzt einfach nur diese Tonspur hören, weil ich nebenbei eh irgendwie voll viel mache und es ja auch mehr Akku aufbraucht. Aber ganz viele haben sich gewünscht, dass ich einen Videopodcast mache, deswegen hi! Ich hoffe, euch gefällt das. Es ist für mich erstmal jetzt wirklich eine Umstellung, weil vorher war es so ein Podcast für mich. Ich bin auch mal gespannt, wie es klappt, weil ich habe einen Podcast auf Dinge erzählt, die ich in meinen YouTube-Videos vielleicht nicht erzählt hätte, einfach weil ich mich durch die Kamera beobachtete fühle. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, vielleicht ist generell mein Podcast so ein Safe Space, ist für mich geworden, dass ich jetzt auch hier die ganze Kacke rauslabber. Aber ja, ich möchte heute so eine Podcast-Folge machen. Ihr kennt die Challenge, Safe. Safe. Also das haben jetzt auch schon viele andere Podcaster gemacht, aber ich fand das richtig cool. Und zwar Am I the Asshole When? Also bin ich das Arschloch, wenn? Und dann habt ihr mir verschiedene Situationen geschrieben. Ich möchte die Folge unbedingt auch nochmal mit jemandem zusammen machen und hatte das eigentlich auch geplant, aber wir hatten dann nicht so viel Zeit und deswegen hat sich das alles nicht so ganz ergeben. Aber ich mache das heute erstmal alleine. Ich bin gespannt. Ihr habt mir sehr coole Dinge geschrieben. Vorher gebe ich euch ein kleines Live-Update. Ich war ja jetzt zwei Wochen in Kroatien und oh mein Gott, unfassbar schönes Land. Also ich dachte, also ich habe das voll underrated gesehen, weil ich habe irgendwie nie so Kroatien mir so gedacht, so ja. Es war irgendwie nie bei mir so einfach auf dem Schirm. Aber es ist so schön da. Also die Landschaft ist unfassbar schön. Und was auch cool ist, also es gibt ja nicht so wirklich Sandstrände da. Da hat man so Schuhe an, die sind mega hässlich. Aber das Coole daran ist halt, dass das Wasser super klar ist und dadurch kann man auch so bunte Fische sehen. Und generell so tauchen war richtig cool. Ich habe mich gewillt über H2O. Ich war auch einmal in so einer Krotte drin. S1 zu 1 H2O. Also das war richtig, richtig cool. Also kann ich euch empfehlen, falls ihr irgendwie mal euch überlegt, so wo könnte ich als nächstes irgendwie hin? Urlaub, whatever. Macht mal Kroatien, weil es ist richtig, richtig schön da. Ich würde sagen, ich starte jetzt aber auch mal in die Folge und lese mal das Erste vor. Ich habe das hier auf meinem Handy alles rausgesucht. Okay. Bin ich das Arschloch, wenn ich ihm einmal zu oft sage, dass er zu mir kommen kann bei Problemen? Nein. Also definitiv nicht. Ich finde ehrlich gesagt, also guck mal, ich finde es toll, wenn man immer Hilfe anbietet und auch Leuten anbietet, weil voll oft trauen sich Leute auch einfach bei Problemen nicht zu einem zu kommen. Ich bin selber so jemand. Aber du bist auf keinen Fall das Arschloch. Du bist voll die gute Freundin in dem Moment, weil manchmal, keine Ahnung, fällt es einem vielleicht auch schwer, über Probleme zu reden. Und wenn man dann sagt so, ey, ich habe das Gefühl, du hast kein Problem, willst du mit mir über irgendwas reden? Dann öffnest du vielleicht auch den Weg, dass die Person sich viel leichter öffnen kann dir gegenüber. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe es leider auch voll oft. Man muss auch dann lernen, dass man das annehmen kann. Weil voll oft sage ich so Leuten, ey, wenn du ein Problem hast, rede mit mir. Oder wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann rede mit mir. Aber dann habe ich manchmal in der Vergangenheit auch selber schon dann nicht das Problem angesprochen, obwohl ich gerne mit jemandem drüber geredet hätte. Einfach, weil ich mir so gedacht hätte, boah, nicht, dass ich der Person nun auf die Nerven gehe. Aber das musst du ja nicht denken, weil du würdest ja auch gerne deiner Freundin oder deinem Freund helfen, wenn er ein Problem hat. Also kannst du dich auch öffnen, wenn die dir das anbieten. Und ich finde auf keinen Fall, dass du das Problem bist in der Situation oder das Arschloch bist in der Situation, wenn du oft anbietest, dass man bei Problemen zu dir kommen kann. Klar, man sollte es natürlich jetzt nicht so übertreiben, wenn eine Person wirklich über irgendwas nicht reden möchte und dir das klar kommuniziert. Und dann sagst du, rede mit mir darüber das Problem, rede mit mir darüber. Und sie da irgendwie so unter Druck setzt, dann kann es natürlich auch blöd werden oder auch für die Person unangenehm werden und so, dass sie dann gar nicht mehr die Probleme erzählen möchte. Und natürlich musst du auch trotzdem für die Person irgendwie vertrauenswürdig sein, weil sonst will sie dir die Probleme auch nicht erzählen. Und sonst denkt die so, okay, ja, du bietest mir zwar an, dass ich dir meine Probleme erzählen kann, aber ich kann dir nicht vertrauen und du kannst damit nicht gut umgehen. So, also das sollte man immer beachten, aber du bist auf keinen Fall in der Situation das Arschloch, wenn du Hilfe anbietest oder sagst, du kannst immer mit mir reden, du bist eigentlich eher da eine gute Freundin und versuchst zu helfen. So, okay. Bin ich das Arschloch, wenn ich kein Vertrauen in einige Freunde habe, aus dem Grund, weil schon so viel passiert ist? Nee, auch du bist nicht das Arschloch. Denn, also ich finde, Vertrauen ist bei mir so ein Ding, das muss man sich erst verdienen. Und wenn man es dann einmal hat, dann sollte man es auch nicht missbrauchen. Und wenn Freunde das bei mir missbrauchen, dann beende ich nicht immer sofort die Freundschaft oder sowas, aber ich traue diesen Menschen, also ich erzähle einfach weniger. Ich vertraue denen weniger, dadurch erzähle ich ihnen weniger. Und meist leidet leider dann auch die Freundschaft ein bisschen darunter, weil wenn man in einer Freundschaft das Gefühl hat, man kann nicht mehr alles erzählen, dann ist irgendwie die Freundschaft nicht so das, was ich mir unter einer Freundschaft vorstelle. Klar, man hat auch unterschiedliche Arten von Freundschaften, sage ich mal. Man hat ja manchmal so richtig liebe Freundschaften, so Best Friends-mäßig. Und dann hat man manchmal aber auch so Freunde, zum Beispiel so Feierfreunde oder so. Mit denen kann man gut feiern gehen, aber du weißt, das ist jetzt nicht so die liebste Freundschaft, du würdest denen jetzt nicht so Dinge anvertrauen. Aber es ist völlig normal, dass du keinen Vertrauen mehr in die Freunde hast, wenn da irgendwas schon passiert ist, weil du meintest, es ist zu viel passiert. Und da ist es, finde ich, völlig normal, wenn man kein Vertrauen mehr da drin hat. Und das dürfen die dich auch nicht übernehmen, vor allem wenn Dinge passiert sind, die anscheinend so dein Vertrauen, was du ihnen gegeben hast, missbraucht haben. So, deswegen, ich würde nicht sagen, dass du das Arschloch bist. Denn man muss auch immer gucken, wen man Vertrauen schenkt, weil ich finde, das ist wirklich so eine Sache, das ist eins, für mich ist es eins der größten Komplimente, wenn mir Leute Vertrauen schenken und wenn ich das merke, weil ich finde wirklich, Vertrauen muss man sich erarbeiten und du bist nicht das Arschloch, nur weil du jemandem nicht mehr vertraust. Denn es gibt ja offensichtlich einen Grund dafür, es gibt eigentlich immer einen Grund dafür, warum man jemandem nicht vertraut. Voll oft in der Vergangenheit hatte ich schon so voll das Bauchgefühl und war so, boah, ich weiß nicht, ob ich den Personen vertrauen sollte. Und ich hätte voll oft auf mein Bauchgefühl einfach hören sollen, weil oft dachte ich mir in der Situation dann so, ja, komm, Tosi, so, schimmer, wieso willst du denen jetzt nicht vertrauen? Die haben dir keinen Grund gegeben, dass du denen nicht vertraust. Was ich aber in dem Moment nicht gecheckt habe, ist, dass wir auch mir keinen Grund gegeben haben, warum ich ihnen vertrauen sollte und da mein Vertrauen missbraucht wollte. Also man sollte da voll oft auf sein Gefühl hören und wenn du eben gerade das Gefühl hast, dass du ihnen nicht mehr so wirklich vertrauen kannst, dann vertraue ihnen nicht mehr so viele Dinge an. Es kann ja auch immer sein, dass es mal wiederkommt, dass sie durch das Vertrauen irgendwie so zurückarbeiten und ihr tut ihnen dann irgendwann wieder richtig gut vertrauen kannst. Aber wenn es sich momentan nicht so anfühlt, dann schenke denen auf keinen Fall so zu viel Vertrauen, weil sonst wird das missbraucht und dann bist du voll enttäuscht. Okay, das Nächste. Bin ich das Arschloch, wenn ich einige Sachen meiner Freundin nachkaufe, weil sie schneller war? Ich check den Punkt, den du da meinst und ich finde aber, also ich weiß nicht, ob das jeder so sieht, aber ich finde, zu einem gewissen Maß sollte es in der Freundschaft nicht so sein, dass du dann so denkst, boah, ich hab dir nachgemacht, bla 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 bla, sondern dass man einfach so ist, ey cool, dann können wir das ja mal zusammenziehen, dann sind wir so matching. Das finde ich, sind schöne Freundschaften, richtig gute Freundschaften. Ich check diesen Punkt manchmal, wenn man so, aber das ist ja dann keine Freundin von dir, aber manchmal, wenn so Leute einem was so nachkaufen, mit dem man irgendwie nicht so gut ist, dann fand ich das manchmal auch nicht so cool, muss ich ehrlich sagen, vor allem in der Vergangenheit. Mittlerweile ist es mir fast egal, aber wenn so Freunde von mir, so close Freunde, mir was nachkaufen, dann ist mir das so egal, dann denke ich mir so, hallo, können wir Partnerlook machen oder whatever. Und ich denke mir auch immer so, ich verstehe auch immer nicht so dieses Ganze, wenn, kennt ihr das, wenn ihr Leute so fragt, ey, woher ist denn das Obertaut? Dann merkst du, die wollen es dir nicht sagen. Sie suchen so Ausreden oder sind so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, habe ich vor kurzem irgendwo gekauft. Wenn du es vor kurzem irgendwo gekauft hast, du weißt noch, wo du es gekauft hast. Davon bin ich nämlich kein Fan, so. Also, ich finde einfach, in so richtigen Freundschaften sollte das kein Problem sein und dann sollte man auch kein Problem damit haben, wenn man das zusammen anzieht oder sich so denken. Voll oft habe ich auch gehört, ist dieses Eifersuchtsding sein so, dass Leute Angst haben, dass jemand in dem Oberteil zum Beispiel oder in der Hose besser aussieht als man selber. Und ich bin nur so, girl, also, ganz ehrlich, das ist eine Freundin von dir, chill mal. Also, ihr seid nicht in einem Wettbewerb. Ihr habt keinen Wettbewerb, wer irgendwie, das finde ich generell schlimm, wenn man das Gefühl hat, eine Freundschaft ist wie ein Wettbewerb. Es ist kein Wettbewerb. Ihr macht Partnerlook und ihr seht beide gut aus, chillt. Also, ich finde nicht, dass du in der Situation das Arschloch bist. Es gibt safe Leute, die sagen würden, boah, doch, Arschloch-Move. Aber ich finde nicht, dass du in der Situation das Arschloch bist, sage ich ehrlich. Weil, vielleicht würde ich die Freundin fragen, so, ey, ist es okay, wenn ich mir das auch hole? Vielleicht würde ich das machen, wenn du dich so absichern willst. Aber, in der richtigen Freundschaft sollte die Person eigentlich nicht sauber sein. So. Okay. Ähm, nächstes, bin ich das Arschloch, wenn ich manchmal eifersüchtig oder neidig auf meine Freunde bin? Also, das Ding ist, du kannst ja an sich für diese Eifersucht oder diesen Neid kannst du ja an sich nicht. Das ist ja ein Gefühl, was einfach hochkommt. Ähm, so gegen Gefühle kann man ja wenig machen. Wenn ich jetzt traurig bin, dann bin ich traurig. Dann kann ich auch nicht dafür, dass ich traurig bin. Man kann auch daran arbeiten, dass man das irgendwie dann nicht an den Personen rauslässt, finde ich. Und vor allem kannst du an deinem Selbstwert arbeiten. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eifersüchtig bist, weil du denkst, die haben viel mehr geschafft im Leben oder die sehen besser aus oder whatever, was auch immer das ist, kannst du daran arbeiten, dass du dich so, wie du bist, einfach gut fühlst. Denn ich habe gemerkt, umso mehr ich da so daran gearbeitet habe, vor allem so im jugendlichen Alter, so ich habe so mit 14, 15, whatever so, ähm, umso mehr war ich so weniger eifersüchtig auf Menschen. Und jetzt, also vor allem auf Freunde, ich kann nicht auf Freunde eifersüchtig sein. Also wirklich, ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde, aber ich kann nicht auf Freunde eifersüchtig sein, weil ich für mich, für meine Freunde, wenn die Erfolge haben oder wenn die irgendwas erreichen, ich freue mich einfach so doll drauf. Und ich finde auch, Eifersucht in Freundschaft macht richtig viel kaputt. Es macht richtig viel kaputt, weil man dann einfach, man will nicht mehr alles erzählen, man hat irgendwie immer so ein bisschen, man merkt das ja, man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Person sich gar nicht für einen freut, dadurch will man noch weniger erzählen. Und ich finde, in einer richtig guten Freundschaft sollte es keine Eifersucht geben. Also ich sage ehrlich, du kannst für das Gefühl nichts, deswegen würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass du ein Arschloch bist, aber es ist schon nicht cool, auf seine Freunde eifersüchtig zu sein. Also ich würde da an deiner Stelle ein bisschen an mir selber arbeiten, so dass du denen das quasi auch einfach gönnen kannst, ohne dass du dir denkst, boah, ja, nee, keine Ahnung, irgendwie, ich will das haben und ich. So klar kannst du dir denken, boah, das ist voll cool so für die und vielleicht denkst du dir auch so, boah, ich würde das auch gerne machen. Aber ich finde so Eifersucht und dann so denen das dadurch nicht zu gönnen, finde ich nicht cool. So, ich hatte leider auch schon in der Vergangenheit voll viele Freundschaften, wo dann irgendwie so Eifersucht eine Rolle gespielt hat und das hat eigentlich immer die Freundschaften dann kaputt gemacht. Also wirklich immer, weil ich auch keine Lust hatte, also oft war es so, klingt jetzt doof, aber ist einfach so, oft war es so, dass die Leute dann eifersüchtig auf mich waren, einfach weil ich zum Beispiel Schauspiel gemacht habe oder whatever oder keine Ahnung, weil ich als Jugendliche durchs Schauspiel schon mehr Geld verdient habe vielleicht als andere Jugendliche. Aber ich fand es dann immer scheiße, wenn ich in Freundschaft das Gefühl habe, ich muss mich zurücknehmen, damit die andere Person sich nicht schlecht fühlt. Und das ist ein richtig, irgendwie so ein richtig trauriges Ding und ich wollte das ja auch nicht. Ich wollte nie, dass Personen sich wegen mir schlecht fühlen. Ich finde, das ist mir das Schlimmste, was es gibt und ich wollte denen eigentlich auch so helfen und denen zeigen, wie toll die sind und wie besonders auch die sind und wie toll auch das ist, was die erreicht haben und was die machen. Aber das ist dann manchmal nicht so einfach gewesen und deswegen kann Eifersucht wirklich Freundschaften kaputt machen und man muss halt immer wirklich darauf achten, weil klar ist das für dich nicht cool, wenn du eifersüchtig auf eine Freundin bist, weil du fühlst dich dann irgendwie schlechter oder weniger wert, obwohl du das Null bist. Du bist vielleicht einfach anders, hast andere Dinge erreicht, die du vielleicht gerade gar nicht so siehst und es ist aber auch für die Person Kacke, auf die du eifersüchtig bist, weil die das natürlich merkt und irgendwie meistens vielleicht nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. So ging es mir jedenfalls richtig oft. So, deswegen würde ich einfach an deiner Stelle versuchen, entweder du redest ganz offen mit der Freundin darüber und sagst dir das offen, weil dann könnt ihr vielleicht beide einen Weg finden, wie ihr damit umgeht oder so oder was, oder das solltest du auf jeden Fall machen, dass du auch an dir arbeitest und deinen Wert rausfindest und findest, was für dich gut ist, was du erreichen möchtest, was dein Wert ist, weil sobald du für dich was gefunden hast, was dich glücklich macht und was dich erfüllt und was dein Wert ist, ist man nicht mehr so wirklich auf andere Personen eifersüchtig. Also, so, man findet es einfach nur gut und gönnt denen das und ich finde, vor allem Freunden solltest du so Erfolge und sowas richtig drücken, ja. Okay, das Nächste, bin ich das Adler, wenn ich das letzte Produkt was im Regal nehme? Nö, check ich nicht. Also, ganz ehrlich, Leute, die dann so sagen, nee, ich will das letzte Produkt nicht kaufen, ja, dann kauf dir mal anderes, was das letzte Produkt. Also, du bist nicht das Arschloch und du hast genau so ein Recht auf das Produkt wie jemand anderes. Also, nö, da bist du kein Arschloch. Frage ganz schnell beantwortet. Oh, okay, jetzt hier eine bisschen längere Sache. Bin ich das Arschloch, wenn ich mit einem Typen schreibe und nach längerer Zeit haben wir uns getroffen und dann nach zwei Wochen uns nicht gesehen haben und ich im Urlaub jemanden kennengelernt habe und ihn sehr mag und die ganze Zeit von meinen Freunden vor ihm schwärme und Händschen halte. Also, nichts krasses, aber so ein paar Annäherungen. Weil ich im Abschied geheult habe und jetzt nicht weiß, ob es gut wäre, den anderen zu Hause nochmal wieder zu treffen, nachdem ich mich in Urlaubsboy irgendwie etwas verliebt habe. Keine Ahnung, ist das Lückenbüse-mäßig? Also, ist das irgendwie doof beiden gegenüber gewesen oder zählt das nicht so? Als Urlaubsboy zählt der nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass er nicht zählt. Du musst halt immer gucken. hast du, wie oft hast du dich mit einem anderen getroffen? Wahrscheinlich nur einmal. Also, ich finde nicht, dass du ein Arschloch bist, vor allem, wenn ihr nicht gesagt habt, dass ihr euch jetzt irgendwie exklusiv datet oder es nicht so richtig als Date definiert war. War es als Date definiert? Sagst du mal hier? Also, wenn es nicht als Date definiert war, ist es auf keinen Fall eine Arschloch-Aktion von dir. Wenn es als Date definiert war, ja, ihr kanntet euch ja auch noch nicht so gut und wenn es noch nicht so exklusiv dating war, finde ich es auch okay. Aber, du solltest auf jeden Fall da drauf hören, wie du dich gerade fühlst. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall, der Urlaubsboy zählt. Also, der ist jetzt nicht so, Urlaub ist so ein Freifahrtschein. Du kannst ja auch nicht in einer Beziehung so sagen, jo, wir sind zusammen. Aber im Urlaub habe ich was mit jemand anderem, weil Urlaub zählt nicht. Also, das nicht. Aber wenn du jetzt wirklich, es kommt natürlich darauf an, habt ihr eine realistische Chance auf eine Zukunft? Also, wohnt der nah bei dir oder ist der weit weg? Und, wenn er weit weg wohnt und ihr keine realistische Chance auf eine Zukunft quasi habt und du nicht so doll verliebt bist, dass du ihn nicht vergessen kannst, dann kannst du dich nochmal mit dem anderen treffen. Aber, ich fände es eine Arschloch-Aktion, wenn du noch ganz, ganz tolle Gefühle für diesen Urlaubsboy hast und dann den anderen nur nutzt, um so darüber hinwegzukommen und ihn nur nutzt, weil du gerade jemanden haben möchtest. Nicht, weil du ihn haben möchtest. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied. Und das fände ich eine Arschloch-Aktion. Aber wenn du dir jetzt denkst, okay, das war so ein Urlaubs-Flirt, da wird jetzt aber nichts weiter draus, ich liebe den jetzt auch nicht oder sowas und ich, keine Ahnung, bin, also ich fände es jetzt auch nicht so schlimm, wenn da jetzt morgen jemand neuen hätte, dann kannst du dich natürlich mit dem anderen Boy treffen und dann gucken, was bei rauskommt. Aber, nehm ihn bitte nicht, weil du so denkst, ich brauche jetzt irgendjemanden, um mich abzulenken oder so ein Shit-Roy. Das fände ich dann wirklich ein Arschloch-Move. Also das fände ich nicht cool. Aber, ja, insgesamt, wenn ihr euch noch nicht exclusive voll im Urlaub gedatet habt, finde ich okay, was du gemacht hast. Wenn ihr euch exclusive gedatet habt, finde ich nicht okay, sage ich ehrlich, dann finde ich schon ein bisschen eine Arschloch-Aktion, dann im Urlaub mit jemand anderem da so rumzuflirten und so. Aber, ja, it is what it is, ne? Kannst du jetzt auch nicht mehr ändern. Aber guck auf jeden Fall, wie du dich jetzt fühlst, die nächsten Tage und ob du dich mit der Person wirklich treffen willst. Guck aber bitte auch immer, ob du dich mit der Person treffen willst oder ob du dich einfach mit einem Typen treffen willst. Okay, bin ich ein Arschloch, wenn ich mit anderen Freunden neben meiner besten Freundin habe und mit denen Zeit verbringen. Nein, natürlich nicht. Also ich finde, man sollte immer mehrere Freunde haben. Klar, man hat so beste Freunde, den verdient, also den, den verdient, den, wie heißt das, vertraut man irgendwie so alles an und mit denen haben wir vielleicht auch lieber, Chris Spächer, aber ich finde, man sollte trotzdem neben so einer besten Freundin oder neben dem besten Freund whatever, sollte man trotzdem noch andere Freunde haben, weil es ist auch einfach wichtig, um mal so andere Perspektiven zu bekommen, sich unterschiedliche Meinungen anzuhören, auch einfach unterschiedliche Dinge mal zu tun, und mit besten Freunden, man macht eigentlich fast immer so ein bisschen das Gleiche und man denkt auch oft das Gleiche oder so, deswegen fühlt man sich auch so mit besten Freunden, man ist oft ja so voll gleich, aber ich finde, es ist trotzdem richtig wichtig, irgendwie dann noch so andere Freunde ringsherum zu haben und du bist auf keinen Fall irgendwie dann so ein Arschloch in der Situation und eine richtig gute Freundin sollte auch verstehen, dass du noch andere Freunde hast, weil man hat nicht nur eine Freundin, klar, man hat vielleicht nur eine close, close Freundin, der war alles anvertraut, aber man hat nicht nur generell irgendwie eine Freundin. Okay, das Nächste, bin ich das Arschloch, wenn ich für mich einstehe, aber nicht respektiert werde und dann einfach gehe beziehungsweise das Ganze beende? Nein, bist du nicht. Also wenn du für dich einstehst und sagst, ey, ich will da und da ernst genommen werden und mir ist das wichtig und die Person, die dich, ich weiß nicht, ob es hier jetzt um Beziehung oder um Freundschaft geht, aber die dich liebt oder die mit dir befreundet sein will und dich lieb hat, wenn die das nicht respektiert und dich nicht respektiert, dann, also ciao, also ganz ehrlich, ich finde in der Freundschaft und auch in der Beziehung sollte man Respekt vor, also nicht Respekt in Form von Angst, sondern wirklich Respekt vor der anderen Person haben und auch auf deren Bedürfnisse eingehen. Natürlich immer nur zu einem gewissen Teil, man sollte sich jetzt nicht komplett aufopfern und alles tun, aber man sollte schon auf die Bedürfnisse eingehen und die auf jeden Fall ernst nehmen und wenn du das Gefühl hast, das ist bei dir nicht so und du hast es schon öfters angesprochen und öfters darüber geredet und trotzdem ist es immer noch nicht so, dann kannst du auf jeden Fall sagen, ciao und dann bist du auch nicht das Arschloch, sondern hast du vorher über das Problem geredet und hast gesagt, was sich ändern soll und wenn sich es dann nicht ändert, so, dann bist du nicht das Arschloch in der Situation, also ganz ehrlich, dann stehst du einfach nur für dich ein und dann habe ich sogar Respekt vor dir und fand das richtig gut, weil man darf sich selber immer nicht verlieren und wenn Grenzen überschritten werden, dann sollte man gehen, so, weil wenn Grenzen einmal überschritten werden und nochmal und nochmal und nochmal, sie werden immer wieder überschritten und selbst wenn dann mal so die Person Angst kriegt, dass sie dich verliert und dann einmal genau das macht und danach aber wieder so in dieses alte Muster zurückfällt, es ist nicht okay, also so, du bist nicht das Arschloch in der Situation und machst genau das Richtige. Okay. Bin ich das Arschloch in der Situation? Ich habe bei einer Übernachtung, ich habe bei einer Übernachtung geschlafen, die anderen aber noch Party machen wollten und ja, dann habe ich gesagt, dass sie leise sein sollen. Es kommt natürlich immer drauf an, also ich sage ehrlich, du bist kein Arschloch, aber es ist schon ein bisschen nervig, also nicht böse gemeint, aber wenn du weißt, es ist eine Party und ihr übernachtet da alle, dann kannst du irgendwie nicht davon ausgehen, dass nur weil du jetzt müde bist, dann die ganze Party vorbei ist, also so weißt du, was ich meine. Klar, wenn du, aber guck mal, auch wenn du am nächsten Tag irgendwie früh aufstehen musst oder so, dann rede vorher mit deinen Freunden und sag, ey, ich würde dann vielleicht, keine Ahnung, in einem anderen Raum oder so schlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass dann die gesamte Party auf dich Rücksicht nimmt, so, wenn du vor allem, wusstest, dass es eine Party ist, also das kann ich nur dazu sagen. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht die Situation genau, aber so, wie ich es jetzt rauslesen konnte. Bin ich das Arschloch, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse über die Erwartungen anderer stelle? Nein. Es ist, also ganz ehrlich, es ist dein Leben und die anderen leben dein Leben nicht, du lebst dein Leben und ich finde, man sollte dann immer so seine Bedürfnisse oder was, dass man über die Erwartungen der anderen stellt. und manchmal, keine Ahnung, setzt man ja auch so sich Ziele und die anderen erwarten dann auch von einem, dass man die erreicht und auf dem Weg dahin merkt man aber eigentlich, dass man die Ziele doch nicht mehr erreichen möchte, dass man sich verändert hat und dass man jetzt ganz andere Dinge machen möchte und dann ist das auch völlig okay und dann muss das auch niemand verstehen, außer du. Niemand muss deine Entscheidungen im Leben irgendwie nachvollziehen können oder verstehen können, außer du selber, wenn du weißt, dass sie richtig sind. Denn es ist dein Leben, du lebst auch nur einmal und du hast einmal die Chance, das aus deinem Leben zu machen, was du möchtest und nicht für andere zu leben, so, weil die haben ihr eigenes Leben und wenn sie mit dem nicht zufrieden sind und dadurch dann versuchen, dein Leben zu ihrem zu machen, okay, sorry, aber das ist dann auch nicht dein Problem, so, es ist dein Leben, mach draus, was du möchtest, ähm, geh auf deine Bedürfnisse ein und guck, was dir am besten tut und wenn vielleicht, keine Ahnung, Eltern, whatever, denken, du sollst, ich nenne jetzt mal irgend so einen angesehenen Job, Anwältin werden, du möchtest es aber nicht, du möchtest, keine Ahnung, äh, chilligeren oder einfacheren Job, wo man nicht so lange Studium verbraucht, dann ist das auch voll okay, dann machst du das, das ist deine Entscheidung, das ist dein Leben und du musst am Ende sehen, dass du glücklich bist, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir alle gucken, dass wir am Ende glücklich werden. Natürlich nicht nur auf uns schauen und nicht nur egoistisch sein, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir glücklich sind, denn wenn uns nicht gut geht und wir selber nicht glücklich sind, dann kann ich auch nicht anderen Menschen was geben oder die glücklich machen, denn so, dann bin ich, habe ich gar nicht die Kraft dafür oder bin gar nicht in der Lage dafür, so. Deswegen, ich finde, du bist auf keinen Fall das Arschloch in der Situation. Bin ich das Arschloch, wenn ich immer eifersüchtig bin, aber es nicht sage? Du bist nicht das Arschloch, aber ich glaube, ich würde sagen, ich glaube, ich würde sagen, wenn ich eifersüchtig auf was bin oder darüber kommunizieren oder eben dann, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, in gewissen Punkten bei mir selber arbeiten, weil ich glaube, dass es auf lange Sicht einen ziemlich kaputt machen kann und dass es eben auch immer Beziehungen kaputt macht zwischen Menschen und wenn man es dann offen und ehrlich kommuniziert, ist es, glaube ich, leichter und da können beide Teile besser damit umgehen. Bin ich das Arschloch, wenn ich Schluss mache, weil ich einfach keine Gefühle mehr habe? In der Situation wirst du wahrscheinlich als Arschloch angesehen, aber du bist nicht das Arschloch, weil das passt eigentlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben nur ein Leben und in dem Moment weißt du, du tut es der Person weh und es tut auch weh, aber du lebst dieses Leben nur einmal und was, wenn du dir die ganze Zeit denkst, boah, ich mache es nicht, ich mache es nicht, vielleicht kommt es zurück, vielleicht kommt es zurück. Mir geht es zwar gerade scheiße, ich leide es zwar gerade, aber hey, vielleicht kommt es ja wieder, blablabla. Klar, es gibt immer mal Ups und Downs in der Beziehung, aber wenn es die ganze Zeit nur ein Down ist, dann solltest du es vielleicht beenden. Und das klingt immer leichter gesagt, als es ist, denn es ist richtig hart und du tust ja auch Personen, also es werden ja Personen verletzt, du verletzt dich zum Teil trotzdem auch selber, weil selbst wenn du keine Gefühle mehr hast, du hast deine Verbindung zu der Person und du verletzt auch die Person, aber du bist nicht das Arschloch, du machst eigentlich das Richtige, weil es ist auch unverne Person, die ganze Zeit etwas vorzulügen, was nicht mehr da ist und zu tun, als wäre da was, was von deiner Seite aber nicht mehr ist. Ich finde, dann ist man auch viel mehr ein Arschloch, weil dann nimmst du auch irgendwie der Person die Möglichkeit weg, jemanden zu kennenzulernen, der genauso für die Person empfindet, wie die Person für dich vielleicht und so wirklich gegenseitige Liebe zu finden. Und wenn du die ganze Zeit da bleibst, nur um die Person nicht zu verletzen, tust du dir eigentlich langfristig eher was Schlechteres an als kurzfristig, also als wenn du jetzt kurz ihm Schmerzen oder ihr zufügst und sie dann aber die Chance hat, was wirklich Echtes zu finden von beiden Seiten aus. Also ich würde nicht sagen, dass du da das Arschloch bist. Okay, ich würde sagen, das Letzte. Bin ich das Arschloch, wenn er nichts Ernstes will? Ich habe er schon und ich mich deshalb nicht mehr mit ihm treffen will. Nein. Du setzt einfach nur klare Prioritäten, du redest offen mit ihm darüber und sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Runke-Date, ich habe auch keinen Bock mehr auf eine Situation-Ship, ich habe auch keinen Bock mehr, keine Ahnung, mich hin und her schubsen zu lassen, ich möchte was Ernstes, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich was Ernstes haben möchte und wenn du das nicht willst, dann tschüss, dann muss ich mir jemanden anderen suchen, den ich toll finde, der mich liebt, der mich respektiert, der alles erfüllt, was ich mir so vorstelle und der was Ernstes möchte, der in der Lage schon ist und an einem Point in meinem Leben ist, wo er sich denkt, ey, ich gehe dieses Commitment ein und ich, keine Ahnung, denke mir auch nicht so, boah, ich verpasse da die ganze Zeit was, denn ich finde, du hast dann jemanden verdient, der in einer Beziehung sein möchte und der mit dir zusammen sein möchte und der mit dir was Ernstes haben möchte und sich was Ernstes für die Zukunft aufbauen möchte, du solltest dich dann nicht mit weniger zufrieden geben, nur weil du denkst so, boah, nee, aber ich finde ja nie jemanden, der was Ernstes ist, es gibt da draußen Menschen, die ernst, also die es ernst meinen, die was Ernstes wollen und manchmal ist es besser, dann länger zu warten, als, keine Ahnung, sich mit so lockeren Dingen, die du eigentlich gar nicht mehr willst, hin und her zu schlagen und sich eigentlich die ganze Zeit, du bist wieder verletzt und hast wieder Hoffnung, dass er doch was Ernstes will und dann will er es doch wieder nicht und dann wirst du wieder verletzt, so, deswegen, du bist nicht das Arschlauch, du sitzt einfach nur deine Grenzen, so. Okay, Leute, das war es mit der Podcast-Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen, ich werde davon bestimmt mal noch einen Teil machen, weil es hat mir so viel Spaß gemacht, ich fand es richtig cool. Ihr könnt mir natürlich gerne immer auf Insta Podcast-Themen und Gästewünsche schreiben, mich heißt der kleine Tosi Hermann und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder, ich habe euch lieb, ich hoffe, ihr habt euch lieb und bis nächste Woche. Oh mein Gott, Leute, erste Video-Podcast-Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, ich habe euch lieb und ciao!